Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal werde ich nicht viel lesen, sondern euch einfach ein Hörbuch ans Herz legen, und zwar Stephen King Mind Control, gelesen von David Nathan. Stephen King muss ich wohl nicht weiter vorstellen, der ist, denke ich mal, allgemein bekannt, aber ich möchte euch wirklich ein paar Informationen über das neue Hörbuch geben, welches auf Amazon oder auch Audible erhältlich ist. Und ja, ich will nicht lang quatschen, sondern eher zur Sache kommen. Es ist immer das Gleiche. Brady Hartsfeld, verantwortlich für das Mercedes-Killer-Massaker mit vielen Toten, liegt seit fünf Jahren in einer Klinik für Neurotraumatologie im Bachkoma. Seinen Ärzten zufolge wird er sich nie erholen. Doch hinter all dem Sabbern und in die Gegend starren ist Brady bei Bewusstsein. Und er besitzt tödliche neue Kräfte, mit denen er unvorstellbares Unheil anrichten kann, ohne sein Krankenzimmer je zu verlassen. Ex-Detective Bill Hodges, der pensionierte Ermittler aus Mr. Mercedes und Finderlohn, kann die Selbstmordepidemie in der Stadt mit Brady in Verbindung bringen, aber da ist es schon zu spät. Die Uhr tickt mehr als auf eine Weise. Über den Sprecher selbst möchte ich euch einfach ein paar Informationen geben, denn David Nathan ist einfach ein toller Hörbuchsprecher und ja, jedes Hörbuch macht Spaß. Und ehrlich gesagt, ich glaube, er könnte auch das Telefonbuch vorlesen und die Leute würden es sich anhören. David Nathan, 1971 in Berlin geboren, begann bereits mit zehn Jahren erste Synchronrollen zu sprechen und wirkte darüber hinaus in diversen Film- und Theaterproduktionen mit. Er ist Dialogbuchautor und Regisseur und als deutsche Stimme von Hollywoodgrößen wie Christian Bale, Johnny Depp und Paul Walker in zahlreichen Kinofilmen zu hören. Mit seiner prägnanten, dunklen Stimme ist er einer der gefragtesten Hörbuchsprecher Deutschlands und steht für die Romane von Stephen King, deren Horror er wie kein anderer hörbar macht. Okay, Leute, im Prinzip war's das schon. Ohne Quatsch, Stephen King, Mind Control, wer ein gutes Hörbuch hören will, ist damit gut bedient. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.